Fluch oder Segen? Glyphosat ist umstritten und dennoch gefragt. Heute hat die EU-Kommission die Zulassung für den Unkrautvernichter verlängert. Mehr dazu in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen bei Heute in Europa. Viel Zeit blieb nicht. Schon am 15. Dezember sollte die Zulassung des Herbizids Glyphosat auslaufen. Das war's von uns für heute. Hier ermitteln jetzt die Rosenheim-Cops und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.